Hallo Marvin. Hallo. Wie geht's denn? Ja, soweit ganz gut. Die Saison ist vorbei. Jetzt wird sich konzentriert auf nächstes Jahr. Okay, wir haben mitbekommen. Du warst ja jetzt die Tage irgendwie beim DTM-Probefahrten oder so. Kannst du dazu noch mehr erzählen? Genau, ich war vor gang einer Woche in Sevilla. Da war ich von Audi eingeladen, drei Testtage mit dem DTM-Fahrzeug zu machen. Und das war auf alle Fälle was ganz Besonderes für mich, schon mal so in dem Motorsport ein bisschen Luft zu schnuppern. Und ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Abu Dhabi war ja jetzt am Wochenende, glaube ich, oder war das eine Woche vorher? Ja, Abu Dhabi, die Formel 1, das war jetzt, glaube ich, ein Wochenende her und ich bin vor drei Wochen selber dort gefahren, im GP3-Auto. Und was macht am meisten Spaß? Also ich muss sagen, ich habe mich wirklich sehr für das GP3-Auto begeistert. Es hat enorm viel Spaß gemacht. 400 PS auf wirklich kleines Gewicht. Das ist schon, ja, verdammt schnell. Willst du denn bei GP3 bleiben jetzt so oder in die Richtung gehen oder wie ist die Zukunft? Ja, ich hoffe, dass es Richtung GP3 geht. Das ist natürlich ein bisschen abhängig, was die Sponsoren sagen. Das wird finanziell alles gestand bekommen. Aber wäre natürlich ein Traum, wenn das klappt. Gibt es denn noch für unsere Zuschauer irgendwas zu verraten, was wir als Erster wissen sollten? Wir hatten es ja vor zwei Jahren schon mal gesagt, dass du bei Otto Rück hatten wir gesagt, mit Otto Tück. Formel 1, dass wir uns da sehen. Wie sieht es jetzt aus? Ja, auf alle Fälle. Also Geheimnisse gibt es momentan noch nichts, die ich jetzt lüften könnte. Wir schauen mal heute Abend. Es ist eine schöne Gala. Da wird es wahrscheinlich von der Speed Academy bekannt gegeben, wie ich dieses Jahr abgeschnitten habe. Ja, und sobald es irgendwas zu erzählen gibt, dann wisst ihr Bescheid. Okay, wir danken dir jetzt mal, ja. Dankeschön. Weitere Berichte über mich könnt ihr bei Otto Tück verfolgen.